Wir alle haben mit Sicherheit schon mal was vom weltbekannten Schiff Titanic gehört. Das bekannte Passagierschiff, was mal einst während einer Jungfernfahrt am 14. April 1912 um ca. 23.40 Uhr mit einem Eisberg kollidierte, was sich etwa 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland abspielte, wobei das Schiff nach der Kollidierung mit dem Eisberg etwa 2 Stunden und 40 Minuten später im nördlichen Atlantik komplett versank. Obwohl für die Evakuierung der Titanic damals, laut Schätzungen zufolge, mehr als 2 Stunden Zeit zur Verfügung standen, kamen hierbei jedoch 1514 der über 2200 Personen an Bord ums Leben. Man nimmt an, dass es hauptsächlich an der unzureichenden Zahl an Rettungsbooten und der Unerfahrenheit der Besatzung im Umgang mit den Rettungsbooten gelegen hatte. Wegen der hohen Opferzahlen zählt der Untergang der Titanic zu einem der größten und berühmtesten Katastrophen der Seefahrt. Jedoch kann man mittlerweile auch sagen, dass der Untergang der Titanic mit sowas wie einer Art übernatürliches Wunder, oder besser gesagt, mit einer scheinbar ungeahnten Prophezeiung in Verbindung gebracht wird. Denn, ob man es glaubt oder nicht, den Untergang der Titanic hätte man, wenn man gewisse Zeichen besser gedeutet und wahrgenommen hätte, in gewisserlei Hinsicht verhindern können. Hierbei wurde allerdings die Katastrophe der Titanic jedoch nicht von einem Medium oder von einem Wahrsager vorhergesagt, sondern von einem amerikanischen Schriftsteller mit dem Namen Morgan Robinson, der im Jahr 1898 einen Roman veröffentlicht hatte, die im Inhalt als auch beim Titel an sich gewisse Parallelen zum Unglück der Titanic aufwiesen. Der Roman von Robertson trägt den Titel Futility or the Wreck of the Titan, zu Deutsch Sinnlosigkeit oder der Schiffbruch der Titan. In der Kurzvariante handelt er von einem Passagierschiff mit dem Namen Titan, was nach einem Zusammenstoß mit einem Eisberg im Nordatlantik versinkt. Wie schon bereits erwähnt und wie ihr es mit Sicherheit auch schon bereits bemerkt habt, sind hierbei eindeutige Parallelen gegenüber dem Untergang der Titanic vorzufinden. Der Untergang der Titanic fand allerdings erst 14 Jahre später nach der Veröffentlichung von Robertsons Roman statt. Ursprünglich wurde der Roman unter dem Titel Futility, zu Deutsch Sinnlosigkeit, im Jahr 1898 veröffentlicht. Die erste Auflage des Romans wurde zur damaligen Zeit nur recht selten verkauft. In heutigen Zeiten werden die Originalaufzeichnungen von Robertson jedoch als sehr wertvoll eingeschätzt. Im Jahr 1912 bekam der Roman dann eine Neuauflage. Und zwar genau in der Zeit, wo sich der Untergang der Titanic bereits abgespielt hatte und dann auch durch die damaligen Medien später weltweit verbreitet wurde. Hierbei wurde allerdings der Titel des Romans in Fultility or The Wreck of the Titan umgeändert. Bei der Neuauflage von Robertsons Roman wurden jedoch technische Daten der Titan im Roman nachträglich geändert, die hier gegenüber der Titanic mehr angepasst wurden, was jedoch in manchen Einzelheiten nicht zutraf. Sogar das Ende und die damit verbundene Moral der Erzählung wurden hierbei mehr oder weniger angepasst bzw. geändert. Sogar in der Fernsehserie X-Faktor – Das Unfassbare wurde in einer Folge die mysteriösen Parallelen von Robertsons Roman zum Titanic-Untergang präsentiert und aufgegriffen. Hierbei wurde jedoch der Name des Autors in Harris Fisher umgeändert. In der Folge wird gezeigt, wie angeblich Robertson alias Harris Fisher die Idee und seine Geschichte zum Romanschiff Titan bekommen und dann geschrieben haben soll. Laut Folge soll Robertson ein zunächst erfolgloser Schriftsteller gewesen sein, der von seinem Verleger mehr Absagen als Zusprüche oder Belobigungen für seine Geschichten erhielt. Der Verleger soll dann Robertson den Denkanstoß gegeben haben, sich doch mehr in seinen Roman auf sachliche und plausible Tatsachen zu konzentrieren, wie großartige Erfindungen, Morde oder Entdeckungen. Nach mehreren fehlgeschlagenen Schreibversuchen soll dann Robertson nach einer weiteren Idee gesucht haben. Hierbei betrachtete er einen Zeitungsartikel, in dem es um ein Schiff ging, was zum ersten Mal aus Stahl gebaut werden sollte. Durch diesen Artikel soll dann Robertson sowas wie eine Art starke Vision oder Idee bekommen haben, von der er sich, laut Folge, nicht mehr loslösen konnte. Es sollte eine Geschichte über ein großes und prachtvolles Schiff werden. Er fing zuerst an, eine Skizze zum Schiff zu zeichnen, welches in seinem Roman vorkommen sollte. Hierbei zeigte das Schiff im Laufe der Zeit in seiner Abbildung genaue Ähnlichkeiten gegenüber der Titanic. Danach soll Robertson wie ein Besessener angefangen haben zu schreiben. Wie in Trance schrieb er sein Roman Zeile für Zeile. Laut Folge soll es so gewesen sein, als würde sich vor seinem geistigen Auge ein gesamter Film abspielen, den er unbedingt auf Papier schreiben musste. Zwar bekam er hin und wieder Zweifel gegenüber seiner Geschichte, dass sie später vielleicht keine Aufmerksamkeit von seinen Lesern bekommen würde, aber dies war Robertson dann auch wieder egal. Er schrieb immer weiter an seinem Roman. Für ihn kamen die Dinge in seiner Geschichte so klar vor, wie nie zuvor. Während dieser Phase soll Robertson sehr abwesend gewirkt haben. Er soll dabei jeglichen Kontakt außerhalb seiner Wohnung vermieden haben und sich nur noch auf seine Geschichte konzentriert haben. Alle technischen und äußeren Daten zum Schiff in Robertsons Roman glichen sich, wenn auch ungeahnt, sehr der Titanic. Ganz besonders im Namen des Schiffes, den Robertson in seinem Roman als Titan nannte. Als er dann mit seiner Geschichte fertig war, zeigte er sie später seinem Verleger. Der jedoch gab Robertsons Geschichte wieder keine große Aufmerksamkeit, da der Verleger es sich einfach nicht vorstellen konnte, dass ein großes und neu gebautes Passagierschiff einfach so durch eine Kollidierung mit einem Eisberg versinken würde. Trotz allem wurde Robertsons Roman später veröffentlicht. 14 Jahre später traf dann das Unglück mit der Titanic mit dem Eisberg ein, was dann gegenüber Robertsons Werk viel Aufmerksamkeit bei seinen Lesern und bei seinem Publikum einbrachte. Aufgrund der erstaunlichen Parallelen, die in den Details zwischen dem Roman und dem Titanic-Unglück lagen, wurde Robertson von vielen Leuten und Gläubigern übersinnliche Fähigkeiten nachgesprochen, sowie auch die Vermutung, dass Robertson sowas wie eine Art Prophet sei, der ferne Zukunftsgeschehnisse voraussagen konnte. Robertson selbst gab jedoch diesen Vermutungen und Erzählungen der Leute wenig Beachtung. Er beruhte immer wieder darauf, dass er nur ein gewöhnlicher Mensch ohne übersinnliche Kräfte sei und dass die Ereignisse in seinem Roman gegenüber dem Titanic-Unglück eher mehr von zufälliger Natur gewesen waren. Ein Mann mit dem Namen Kalman Tanito hatte sich mal damit beschäftigt, die technischen Details der Titan aus Robertsons Roman mal genauer mit den technischen Daten der Titanic zu vergleichen. Hierbei stieß er bei seinen Recherchen sowohl auf erstaunliche Parallelen als auch auf gewisse Unterschiede der zwei Schiffe. Zu den Parallelen stellte Tanito fest, dass zum Beispiel beide Schiffe aus Stahl gebaut wurden und sowohl beide drei Schrauben und zwei Masten besaßen. Beide Schiffe galten sogar als unsinkbar. Die Anzahl der Passagiere, was hier bei 3000 Personen lag, stimmte ebenfalls überein. Dass die Schiffe über zu wenig Rettungsboote verfügten, stimmte auch. Sogar der Zeitraum von der letzten Fahrt der beiden Schiffe zeigte Gleichheiten auf, was hier im Falle der Monat April war. Jedoch, wie schon bereits erwähnt, wurden auch bestimmte Unterschiede zwischen den beiden Schiffen festgestellt, was die angebliche Meinung, dass Robertson in die Zukunft schauen konnte, bei manchen Gläubigern widerlegte. Zum Beispiel war das Schiff Titan im Roman mit Segeln ausgestattet gewesen, was die Titanic jedoch nicht war. Auch sollen die Titanen vor der Kollision mit dem Eisberg noch ein anderes Segelschiff gerammt und die Überlebenden dabei ignoriert haben. Bei der Titanic gab es jedoch keines solcher Ereignisse. Auch sollen die Wetterverhältnisse gegenüber der beiden Schiffe nicht gestimmt haben. So ist zum Beispiel im Roman In der Nacht, in der die Titan den Eisberg rammt, von dichtem Nebel die Rede. Die Titanic-Katastrophe fand jedoch in einer klaren Nacht statt. Im Roman wird in jener tragischen Nacht von Mondschein erzählt, was jedoch zur Titanic nicht passt, da die Titanic-Katastrophe während einer Neumondnacht geschah. Man sieht, es gibt sowohl überraschend gute Parallelen als auch gewisse Unterschiede gegenüber dem Romanschiff Titan und der versunkenen Titanic. Die einzelnen technischen Daten zu Titanen sollen hierbei allerdings auf das Konto von Robertsons Vergangenheit gehen, da er mal früher zu Lebzeiten für eine gewisse Zeit bei der Marine gedient haben soll und sich deswegen mit vereinzelten technischen Daten des Schiffsbaues auskannte. Wie schon bereits erwähnt, gab Robertson bis zu seinem Ende immer wieder an, dass er nicht sowas wie eine Art Medium oder Prophet sei und dass die gesamte Sache mit seinem Roman einfach nur mit zufälligen Ereignissen etwas zu tun haben würde. Doch nun meine Frage an euch. Was glaubt ihr wohl, was dahinter stecken mag? Glaubt ihr daran, dass der Schriftsteller Robertson sowas wie eine Art Hellseher gewesen war? Oder seid ihr eher mehr der Meinung, dass die Inhalte in seinem Roman mehr aus reinen Zufällen bestünden? Aber wie lassen sich da die einzelnen Parallelen zwischen den beiden Schiffen erklären? Das Thema lässt sich wohl eher von zwei Seiten aus betrachten. Das ist hierbei was mit Zufällen, aber wohl auch mit übersinnlichen Fähigkeiten, was zu tun hat. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Ich finde, es ist eines von vielen interessanten Themen, um das es noch bis heute viel spekuliert wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dazu unten eure Kommentare zum Thema schreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst noch einen Daumen hoch da, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich... Gehabt euch wohl! Parce que das Video 1-21 mit Dr. 1. Vielen Dank.